Ich denke mal, wir bestellen uns noch eine schöne Fanta und Coca-Cola. Du kannst aber auch nicht viel von essen, aber überisst man sie schnell. Aber man hat auch nicht so viel gesündigt. Allein der Salat ist nicht gut. Aber es ist das Schöne, das war mir echt die Idee von allem ein bisschen. Die ganze Teile volle Zwiegeln oder auch scheiße. Dann wieder mal haben und wieder ein Bar. Okay, guys, let's go. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ja, mal zurück. Oh atraите das увид detached. Bis zum Glück, stattdessen wieder? Ich weiß nicht. Wir werden sie nachher. Es wird unglaublich sein und nach dem, zu sagen wir uns mit Einer. Wir haben die Zusammenarbeit, und die Reimings- und mit anderen Arten. Die Reimings sind sehr einfach für uns, weil wir uns sehr inspiriert sind mit den Dingen zu dem Remix-Albumen und mit anderen Inovations-Albumen in der Musik-Albumen. Die Namen sind, den du mitgearbeitet hast du? Isak Chunky aus Mexiko I feel I need in my breath I feel I need in my soul If I'm not that you to lie And if faith goes blind If I'm not that you'll feel alright Time goes to every sight The dream of you and me And you I feel honey in my breath. I feel honey. Der Quatsch. Wer will denn reinspringen? Was ist das? Das ist eine Inselgattel. Das ist eine Inselgattel. Das ist eine Inselgattel. Oh! Was? Das ist doch krass, wenn man Naturkopfler nimmt. Die dicke Fraktion kannst du noch spielen. Ja, ich mach mal einen Schwenker. To the other side. To the other side. To the other side.